Was erwartet uns oben? Ach du. Ja. Das ist eine ganze Truppe? Ach du Kacke. Habe ich überhaupt nicht rausgehen die? Bin ich mal gespannt was das macht. Nicht viel. Jetzt kriegt ihr noch eine Brandsalbe drauf. Erstmal komplett Buttersalbe. Ich brauche ein MP dran. TP. Ich brauche MP. Wo ist MP? Ich brauche es. Haha. Jetzt. Butters. Zeig was du kannst. Warte. Auf Wiedersehen meine Freunde. Was? Haha. Da haben wir... Klar ich bin auch mit meinen Pferden einfach aus dem 5. Stock. Ja wir haben es geschafft. Ja wir haben es geschafft. Was ist das mit komischer Friedensdauer? Du schweck. Woher kenne ich meinen Namen? Es ist ein guter Tag zu sterben. Es ist ein guter Tag zu sterben. Gute Frage. So dein Freund ist schon mal weg. Oh. Für dich gibt es nochmal einen Schlag. Schlag in deinen Nacken. Auf Wiedersehen. Und wieder runter. Ich habe das Gefühl der Turm geht jetzt hoch. Vielleicht auch nicht. Links müsste dann irgendwo sein. Ach ja. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Ach ja. Stimmt nicht. Oh. Komm nachher. Oh. 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 Was Stern gemacht. Wow. Auf. Verdammt. Hab ich aufgepasst. Mal das einmal bitte richtig. Keine Berührung wird echt komisch. Oh. Grafe der Natur. Der verbrennt jetzt erst mal. Auf beide? Stimmt ja. Ich hab ja ganz vergessen, ich hab das ja jetzt gelabelt. Geh ich da durch den Level ab? Das wär cool. Jetzt hast du Zugriff auf Beschwörungsgegenstände. Beschwörungsgegenstände, Beschwörungsgegenstände, mit denen du alle deine Feinde im Kampf ausschalten kannst. Beschwörungsgegenstände, wenn du deine Neuzugregen brauchst, du kannst aber jeden Tag von der Person... Oh, cool. Ist ja gut. Karte, da musst du... Benutzt du die Kuhglocke? Oh nein. Äh. Äh. Gut, dann weiß ich, glaube ich, wo ich stehe. Oder wie ich da hinkomme. Warte, hier, hier. Genau. Da muss man auch erst mal drauf kommen. Was ist das denn? Was zum... Was sind die so komische Leute hier? Das müsste Mr. Slave's Haus sein. Aber warum vögelt der ein Pferd? Ihm hätte ich dazu getraut. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Here. If you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. I go to a lot of parties. Endlich kein Ludo mehr dabei. Hm. Hm. Ziemlich normal hier. Was haben wir denn hier hinten? Oh, Gott. Ah, warum will ich ein zerrissenes Kondom mitnehmen? Es ist doch ekelhaft. Ein zerrissenes Kondom. Komme ich jetzt eigentlich... Ähm... In seine Garage? Tatsächlich. Da haben wir noch ein Kind gefunden. Billy tried to steal my Heidi's spot, but I made him go away. Schade. Da haben wir schon mal zwei. Mana-Tran. Wo komme ich jetzt hier hin? Uh, Bahn-Greise. Tschüss. Ach ja. Kennys Haus. Da mussten wir auch noch hin. Ich habe jetzt alle Reiseziele? Was? Oh, das ist nicht für mich. Das ist für die tollen Leute, die in der Gästehaus geschrieben haben. Welche lauscht die... Warte mal. War das ein Christian Meth? Ja, ja. Wir haben das Paket. Ich habe nur geschlagen. Hey, that's not the usual kid, that picks up the package. Huh? Oh shit. It's a Kip! Willst du mich verarschen? Ich bin kein Kopf. Oh, Hamburger. Beschwörung. Rufen wir unsere Mr. Slay. Was zum... Oh mein Gott, ey. Was war das denn jetzt? Das ist doch sowas von nicht feurig. Das ist doch sowas von nicht feurig. Aha, so kommen wir schon mal da dran. Aber warum... Warum Mr. Slay? Ah, damit machen wir das. Ich wollte gerade sagen, irgendwas war doch auf dem Dach noch. Das läuft alles gerade. Gar nicht so schlecht. Das mit Mr. Slay finde ich ein bisschen verstörend, aber was anderes habe ich noch nicht erwartet. Da haben wir noch einen Obdachlosen. Erschwinde! Such dir eine andere Stadt. Der hat eine 28er Rüstung gemacht. Du Scheiße. Jetzt brenne erstmal. Ich finde das schon nice. Weil das so schön ist. Ich krieg's die jetzt nochmal an. Jetzt ist er angepisst. Wow. Wer ist mit dir? Und was die Dartfälle können. Schön. Hat er's? Es ist Zeit zum Vernichten. Warum steht der denn noch? Komm halt. Oh oh. 3er Kombo. Hat er's jetzt aber. Schön auf die Füße. Der zieht sich aus unserer Stadt. Warum schießt du denn? Geht doch. Super. Noch eine bespritzte Spritze. Eine benutzte Spritze. Hier können wir nichts machen. Das war's dann wohl wieder hier. Wir haben glaube ich zwei... Ach ja, stimmt. Warte. Wo haben wir jetzt das? Ja, das müssen wir noch. 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 Ja, das müssen wir noch.